Herr Freunde, mit meinem Industrie-Endoskop kann ich Löcher ausleuchten, an denen keine Sonne scheint. Und das Tolle ist, wir haben ein 5 Meter Kabel zur Verfügung. Das Besondere hier ist eine Doppellinse. Das heißt, wir haben hier vorne eine Kamera, wie das üblich ist. Tatsächlich kann ich aber auch hier umschalten. Und jetzt sehen wir hier unten die Gebrauchsanweisung, die ich hingelegt habe. Was mit dabei ist, ist ein Licht, und zwar beidseitig. Ich kann hier unten das Licht zuschalten, und ich kann auch bei der Frontkamera, wenn ich diese wechsle, das Licht umschalten. Also ein richtig tolles Teil, wenn man im Heimwerker-Bereich unterwegs ist, aber auch so im Kfz-Bereich. Da ist noch ein Ladekabel mit dabei, Magnet, Spiegel, Schutzkappe, und ansonsten hat man hier noch eine 32 GB Karte für die Daten. Man kann nämlich aufnehmen Fotos und Videos. Also interessante Sache, demnächst gibt es ein ausführliches Review auf meinem Kanal mit einem 10% Rabattgutschein. Also am besten abonnieren, da verpasst ihr das Video nicht.